Dieser ekelhafte, miese Scheißlachs wird jetzt begessen. Was unterscheidet uns Menschen vom Tier? Haben wir vielleicht mehr Ähnlichkeiten, als wir glauben? Steuerhinterziehung Alle guten Dinge sind drei Paul, das heißt, heute wird der Scheißpenner gegessen Scheiße, wir verlagern uns auf eine andere Bank Brauchst du Toastbrot? Weiß nicht, was davon ich filetieren muss Das doofe ist, bei den ganzen Tutorials ist das Ding am Stück und hier nicht, ganz und gar nicht Oh, das funktioniert Okay, so, wie das habe ich vom Fisch, äh, fortgekriegt Holen wir mal das Toastbrot So, hier haben wir den Mistbraten Prost Das war im Prinzip gar nicht schlimm Das war im Prinzip nur sausalzig Alter, ich hauch dich jetzt mal an Na, nee, eben nicht Ja, weiß man schon, wenn sie fliegen mögen, dann muss es richtig schlecht sein Danke für drei schöne Folgen durchströmigen Den Magen lass ich mir nicht auspumpen Sicher Nee